hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge enigmatiker 2 im expert modus mit andre der jetzt schon wieder scheiße wort wie immer ich habe was gebaut was denn einen kleinen baum hast du keinen baum gebaut ja also botania einziehen towncraft astral sorcery obendrauf ja den habe ich allerdings im kreativ gebaut muss ich ja sagen weil das war einfach mir zu eine menge holz und letztendlich ist es auch bloß deko deko holz genau so wir haben was vor ne ja was haben wir vor alles also erster punkt me system vielleicht weitermachen zweiter punkt siebelstraße weiter ausbauen siebelstraße jetzt nicht punkt nummer eins naja ich springe mal hin genau wie es du mal die kabel und so weiter ich ne ich zeig das erst dass wir hier ein paar windräder hingestellt haben andere hat hier die von dem erstes gebaut hier stück und ich habe acht stück von mecken müssen gebaut also wenn man so reinguckt bringt 1 73 76 rf pro tick die hintere reihe bringt 36 rf und die vorderste reihe bringt 70 rf haben wir jetzt auch erst später festgestellt kommen ja ich mache jetzt mal ich habe die alle vorbereitet ich will jetzt machen ja du sagst du mir soll die kabel was andere sachen die siebe straße jetzt hat sie auch mal ein bisschen mehr feuer wie sieht jetzt ziemlich gut aus ja also wir haben uns auch schon überlegt das ist einfach ziemlich op was die raushaut und dann müssen wir was tun die hat schon zwar die ganz viele tun ran gebaut aber wir kriegen hier das aussitäre straße aus dem sieb nicht richtig aus exportiert da will ich jetzt was versuchen zu bauen glaubt ein bisschen was dafür haben schon vorbereitet wenn ich aus dem wasser rauskommen ich glaube ich habe ganz schön viel quatsch gemacht irgendwie funktioniert die hälfte meiner blumen nicht genau wir brauchen einmal ein blaues netzwerk kabel aber ich darauf drücke und die rezepte euch mal zeige wo ist das denn jetzt nicht taumquat quatschen rezepte da so werden die transferpipes mit steinstufen block redstone und mit den net net x net kabel x net kabel aus lapis platten redstone und gold platten dann gucken wir mal was wir haben kein gold und keine gold platten haben wir nicht die haben wir nicht vorbereitet naja die gehen ja schnell die gehen ja schnell laufen wir mal schnell runter gucken mal was für ein ein inventar ist auch schon mal zu voll dann haben wir uns noch hier einmal gears gebaut und einmal die war ja die war ja brauchte andere nämlich für seine windräder ist ja nichts weiter an sagt sie hatten seine auch schon genau ich habe hier oben noch mal ich brauche noch ein kabel ein lv kabel und das sind auf jeden fall in der eintrung noch drin ja wie ihr seht da füllt ein 1 1 1 lv 111 ich habe den die kapazität der bonk getauscht gegen die höhere die ich mal gebaut habe für die quest die geht auch nicht ich glaube mir sind die rune zerfallen oder was Ich glaube ich kann das nicht vorbereiten Ich habe nämlich Runen auf Revcraften müssen und sowas Und die sind hier alle nicht mehr wirklich drin Ja doch da ja Ich glaube mir sind ein paar Runen zerfallen Das geht auch ja Ja Aber wenn wir jetzt ins Questbuch gucken Haben wir auf jeden Fall einiges an der Folgen Na das ist immer schön Wo hast du die Lapis Habe ich oben einsortiert Ach da Oh Gott ich muss einfach mal kurz Mein Inventar mal ein bisschen leer machen So Lapis Was brauchten wir noch Redstone Und machen wir gleich mal 13 mal Mit 32 reicht das erstmal ja noch Oh das ist aber ganz schön viel Ne wir brauchen die ja auch noch Für was anderes André Ja mach mal Bilder habe ich gekriegt Waser wire Oh so ein Stacheldraht Zum Absichern Oh westernblöcke Da ist die alte Genau Entschlachted Building Guide Wie kann ich denn mal Ja wieder hier oben hinstellen So Eisenlaternen Ich habe leider nicht ganz so viel Gutes gekriegt Da So Einmal U Und Einmal die Transferrohre Wenn wir da anderthalb Stacks haben Ist das okay ne Ja auf jeden Fall So ein Deak Möchte Der liebe André Noch mit Glas 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 Ich brauche noch ein bisschen Glas André Wenn du mal wieder oben bist Kannst du mal Glas anschmeißen Ja Kriegen wir hin Ähm Die Ich baue gerade für unseren Windpark Ein Schutz Letzte Energie Dupt Die Bombe auch da raus Äh 24 Au Au Ah ich bin mal wieder blöd gesprungen Das tat weh Zweimal Glas Sofort Die haue ich einfach in den Offen Einfach zu viel hier drin In meinem Inventar So Das müsste reichen Das 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 habe ich Diese Ziehen wir gleich mal hier oben ein Das geht auch alles rein Guck mal André Ich habe hier was gekraftet Hier Einmal hier Einmal hier Oh ja super Damit baue ich nämlich gleich auch die Siebelstraße um So Und jetzt brauchen wir Extra Utilities Ich brauche Ich hoffe wir brauchen kein Transfernot Äh Kisten Kisten André Müssten oben drinne sein Bei Kisten Hä Kisten bei Kisten Na in dem Schupfer für Kisten Ja Oh dieser Sound Hier oben Sind doch die Kisten einsortiert Oh Gott Wer hat die denn da einsortiert Wer war denn wieder Ich Ich Ja Ich Ich war so Das ist ja total die falsche Ecke Äh So Man Er macht auch nicht das andere Co-Hafting-Feld frei Den Stick habe ich da nicht reingelegt Nee den habe ich da noch reingelegt Äh Zwölf reicht erstmal Der kann auch noch weg So Ich komme Mal gucken Ich baue gerade unseren Strom ab Ja Das passiert nämlich weil er nämlich zu langsam ist Und das alles nicht Raussaugt Raussaugt Du kannst äh gerne alle Maschinen einmal abbauen Wir bauen die jetzt gleich ein bisschen anders auf So dass wir zwei Siebelstraßen gleich nebeneinander haben Äh Da wir jetzt genug Stromleitungen haben Sollte das funktionieren Wir haben ein Problem Na Er zieht die nicht raus Die Sachen Oder Doch Macht er ja Denk ich mal Zwar auch nicht richtig schnell aber Macht er Wie toll sind die Geschwindigkeitsupdates Brauchen wir den Resonator Der Resonator ist natürlich wieder mal Ich glaube nicht dass wir noch Die Maschinenblock über haben Was für ein Maschinenblock Den wir auch mal gecraftet haben Für irgendwas Die sind roten Ja Ne Komm doch her du blöder Zombie Du steckst im Stacheldraht Haha Aua Er ist durchgekommen Oh Gott habt ihr das gesehen wie viel da drin ist in den Truhen Ja das müssen wir jetzt alles umbauen Wollen wir das nach einem Cut Fertig zeigen Oder wollen wir Nein Das brauchen wir Wir teilen die Folge ein bisschen länger Ich weiß nicht was du da draußen machst Strom Da 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 Ganze Stein gedöhnt Schmeiß ich jetzt weg Weil wir ja mal geguckt haben Dadurch dass wir die Windräder Hintereinander hatten Jedenfalls zumindest die bei Immersive Das nimmt sich gegenseitig so ein bisschen Strom weg Ein bisschen ist auch noch lieb gesagt Also eigentlich ein ganzes Ende sogar Ja 30 Das ist ja doch schon ein bisschen mehr So Hast du gerade alles abgebaut Ja Zum Teil Ach du meine Nase Was Was hier alles rumliegt Mhm So Und zwar kommen wir mit dem Stromkabel nicht dort sondern hier raus So Und gehen dann einmal die Mitte lang Ich brauche mal ganz kurz Ein Kompressor Der bleibt ja nur ganz kurz mal stehen So ein volles Inventar Ich muss mal ganz kurz Brauche ich alles nicht Brauche ich nicht Brauche ich nicht Kann auch immer weg Kann auch immer weg Kann auch weg Kann auch weg Essen brauche ich erstmal auch nicht Ich wollte jetzt nämlich mal ganz schnell Mal die Kisten ein bisschen Äh Ach du hast den schon wieder Ja Das ist das Problem Wenn ich jetzt hier baue Warte dann musst du den der Schließen wir den mal draußen an Ach du willst jetzt nicht alles kompressen oder Doch Alles weg kompressen Komm Das muss nicht in die Folge sein Das können wir im Nachgang machen Das muss nicht in die Folge Dann machen wir das anders Äh Wo hast du denn ein paar Dukte Die hab ich dir alle hingeschmissen Das ganze Kabel was ich hatte Die hingeschmissen Ach da unten sitzt er Lass die euren Kisten da unten stehen Wir bauen sie jetzt einfach bloß neu auf Und dann Du hast das ganze Zeug hier reingeschmissen Unten Ja lass doch Das können wir doch nachher aussortieren Wißt du ich wollte gerade mal gucken Was passiert wenn ich Sand siebe Was kriegen wir denn da raus Ich kriege mit einem Iron Aquamarine raus Und mit einem Diamant Prismarine Schad Beides relativ wichtig denke ich Aber noch nicht jetzt Kannst du mir mal ein paar Stromkabel geben Moment Zu 10 Ja kriegst du sofort Ich muss ganz kurz bei das gucken Was wir rauskriegen Äh Redstone Redstone Habe ich die hier oben hingeschmissen Hennig Warte mal ganz kurz Ich hab nämlich hier gerade Zack Ih Aua Kümmer mich drum Schon tot Das Impuls Item Duck Hat die ganze Zeit Cobblestone abgenommen Von dem Kompressor Ja ich hab das schon Ich hab das schon gesehen Darum ich den jetzt auch gerade Schon mal so Mal ganz kurz so angebaut Genau Dann schmeißt man das hier nämlich so schön rein Und ist erstmal weg Ach was mach ich denn Du kannst doch in meine Trashcan hauen Das Schöne können wir eigentlich auch Ja gut Bei das Deep Dark angehen Aber wozu Warum erstmal nicht Ich stell's mal das ganz kurz hier weg Brauch ich Ich hab ja noch das Sieb du Ja Sieber Ich hab ja alles mehrfach gebaut gehabt Dann hau ich das erstmal da rein Dann ist das nämlich auch weg Jetzt ist echt bloß die Sache Wir nehmen jetzt eh erstmal eine Siebestraße im Betrieb Und irgendwann müssen wir nochmal eine machen Die dann auch noch Dust macht Ja Hast du jetzt mal geguckt Wegen Redstone Und Ja das wäre aus Dust Wie gesagt Achso Und was mit Lapis Hast du auch mal geguckt Lapis gibt's da nicht drin Okay Wenn ich das richtig gesehen habe Ich gucke nochmal Boah Wo kommt die Skelette auf einmal her Nein Lapis kannst du nicht sieben Lapis müssen wir uns denn noch was anderes einfallen lassen Okay Ähm Hast du zufällig Äh hab ich Hat sie schon erledigt Hab ich Hab ich So Alles gut Deo Ja ich Baue Gut Ich bräuchte jetzt die Nodes und Pipes Hab ich Hier Achso hier Halt Stop Komm her Ich krieg's auch mal wieder Ui ich seh grad wir brauchen Grid Power Für was Oder Doch sie funktionieren auch ohne Wollte grad sagen Also ich hab das ja gerade ohne gemacht Jetzt brauche ich aber eine Sorting Pipe Ein Filter meinst du Gibt es keine Sortierpipes mehr davon Achso das andere was du mal Ja Alles klar Weil wir ja nur Verschiedene Sachen haben was wo verschieden hingehen muss Weißt du Mhm Transferfilter gibt es Äh ich geh mal kurz ein Transferfilter bauen Das ist jetzt auch neu So kenn ich das nicht Oh hallo Enderman Einmal gehauen und weg ist er Also so wie immer Mit den Enderman Das ist nervig Ich will Enderperlen Unsere eine Enderlily bringt nicht so viel Ne So jetzt ist es Transferpipefilter gibt es Oder Transfer Transferfilter Transferpipefilter Das ist das Richtige Da wir sie auch erst in der Folge Gebaut haben Konnte ich mich jetzt nicht mal drauf vorbereiten Ist ja nicht weiter schlimm Wir haben noch Zeit Dann machen wir es in der nächsten Folge Ich würde sagen Die Folge ist so oder so Diesmal zu Ende Sonst haben wir wieder so eine Überlänge Folge Machen wir halt in der nächsten Folge weiter Ganz einfach Ich muss so oder so ein bisschen warten Weil die Kisten sind alle voll Und dann oder was da lassen mich mal ein bisschen hier durchlaufen wir können sie jetzt aufbauen und dann zeigen wir euch in der nächsten Folge nochmal was wir jetzt genau gemacht haben und wie wir das eingestellt haben und so weiter und so fort wir bauen es in der nächsten folge oder zeigen wir wo wird alle umgestellt die haben alle keinen strom dran da haben die alle strom dran hä? warum sehe ich das nicht? gut muss ein vlog machen sag ich tschüss bis zum nächsten mal tschau tschau